Highlight und Sieger, dann stimmt die Dramaturgie. Alles geben und die Herzen überlaufen. Tor! Oh, das kam doch schon da. Jagilski. Tor! Das war Jagilskis Geschoss aus 20 Metern, also 2 zu 0 für Werder Bremen. So macht man die Punkte, so macht man die Tore. Eieiei, Tore, Tore, ich verspreche Ihnen jetzt ein paar Tore, gute. Werder stürmt kompromisslos, weiß um seine Chance. Eckball nach innen und goal! Matischak hat die Ecke eingeköpft. Werder steilangriff, nach vorne gespielt, auf Gökner, der vorbei an Wessel, ins leere Tor. Tor! Matischak, der geht zu Werner, Werner da innen, Tor! Ohrenbetäubender Jubel, das hat Bremen noch nicht erlebt, was sich jetzt abspielt. Hier haben sich bereits einige tausend Menschen eingefunden, die trotz des schlechten Wetters sehr geduldig ausharren, um die Mannschaft zu begrüßen. Und hier ist sie zum ersten Mal in Bremen, die Viktoria, die Silberschale für den neuen deutschen Meister für Werder Bremen. Ja! 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 Wo das Weserstadion strahlt, die Neujahr bracht, wo man trägt die allerschönsten Spiele aus, da ist Werder Bremen, da sind wir zu Haus. Da ist Werder Bremen, da sind wir zu Haus. Wir stehen für Werder ein, für SV Werder.